Benedikt XIV. war Papst von 1740 bis 1758. Leben. Aus verarmtem Adel stammend war Lambertini seit 1701 an der Kurie tätig. Ab 1727 Erzbischof von Ancona wurde er 1728 von Papst Benedikt XIII. zum Kardinal erhoben. Ihm wurde die Titelkirche Santa Croce in Gerusalemme zugewiesen. An 1731 wurde er Erzbischof seiner Heimatstadt Bologna. Am 17. August 1740 wurde der bedeutende Kirchenjurist und Historiker nach schwierigem über ein halbes Jahr dauerndem Konklave zum Papst gewählt. Als Papst modernisierte er die Kurie, das Sakramentsrecht und die Mönchsorden. Er war ein Gegner der Jesuiten. Deren supernationaler Einfluss in vielen Staaten und ihr umfangreiches Bildungswesen war insbesondere den katholischen Monarchen ein Ärgernis. Zum Jesuitenverbot kam es jedoch erst 1773. Trotz seines freundschaftlichen Verhältnisses zu dem in Fragen der Marienfrömmigkeit sehr nüchtern eingestellten Lodovico Antonio Muratori erwies. Sich Benedikt XIV. als Förderer der Marienverehrung. In seiner Am 27. September 1748 erlas Sennen, päpstlichen Bulle, Gloriosi Domine, erklärt er, die Marienverehrung sei im Willen Gottes begründet. Und würdigt die marianischen Kongregationen als vorzügliches Mittel zur Heiligkeit. In seiner Arbeit De Servorum Diabitification bezeichnet er die Mitte Erlöserschaft Mariens als rechtgläubig. Über die liturgische Verehrung Mariens äußerte er sich in De Festes Christi ebite Mariae Virginis. Trotz der Reduzierung kirchlicher Festtage gestattete er 1751 ein Fest der Mutterschaft Mariens. 1752 gestattete er außerdem die Feier des Festes der unbefleckten Empfängnis Mariens in der päpstlichen Hauskapelle. Eine geplante Bulle Molierem Purchrahm, die die Lehre von der unbefleckten Empfängnis aussprach, blieb jedoch unveröffentlicht. Päpstliche Politik Benedikt XIV schloss mehrere Konkordate mit europäischen Staaten ab, in denen er kompromissbereit Zugeständnisse machte, ohne von den Prinzipien des Katholizismus abzurücken. Er war in der europäischen Geisteswelt als intellektueller weithin anerkannt. Als erster Papst gebrauchte er in seinem Lehramt die Form der Enzyklika, deren erste UBI Primum er bereits 1740 verfasste. Als erster Papst erkannte er 1748 den preußischen Königstitel an. Außerdem hob er offiziell den Bann gegen die Lehre des Nikolaus Copernicus auf. Andererseits verschärfte er 1751 in seiner Bulle Proveides Romanorum die Strafen gegen Freimaurerei, die bereits von seinem Vorgänger Clemens XII. in der Bulle in Eminenti Apostolatus Spekula vorgesehen worden waren. In seiner an die hohe Geistlichkeit Italiens adressierten Enzyklika Vixper Benet wandte sich Papst Benedikt massiv gegen Zins und Wucher. In 3 Absatz I dieses Schreibens heißt es. In der Bulle Beatus Andreas erlaubte er die Verehrung des Andal von Rinn und legitimierte damit die judenfeindliche Ritualmordlegende um ihn. Benedikt XIV gilt als großer Modernisierer der Stadt Rom. Sowohl die Erneuerung der rückständigen Infrastruktur wurde von ihm angestoßen als auch das künstlerische und intellektuelle Aufblühen der Stadt. So unterstützte er die Gründung ausländischer Kulturakademien, baute Bibliotheken aus, hob das Aufführungsverbot über die römischen Theater auf und reformierte die Universitäten. Auch die Fertigstellung des Trevi Brunnens, die Renovierung antiker Bauwerke und der Beginn der Trockenlegung der pontinischen Sümpfe gehen auf seine Anweisung zurück. Am 3. Mai 1758 starb er in Rom. Am 3. Mai 1758 starb er in Rom. Am 4. Mai 1758 starb er in Rom. Am 4. Mai 1858 starb er in Rom.